Du kannst dich auf diesen Weg begeben. Jakob hat es nicht über Nacht geschafft. Seine Geschichte erstreckt sich über Jahrzehnte. Jahrzehnte, wirklich. Aber du kannst anfangen, indem du einfach über den Tellerrand hinaus schaust. Und wie kannst du das machen? Du kannst mitkommen, wenn wir Seelengewinnin gehen. Aber wow. Weil die Sache ist, wenn du einmal in deinem Leben zum Seelengewinnin gehst, hast du mehr für die Evangelisation getan als 99% der geretteten Christen. Buchstäblich ist kein Witz. Ich scherze nicht. Wenn du zum Seelengewinnin einmal gehst, für eine Stunde in deinem ganzen Leben, hast du die Schlange übersprungen vor dem Richterstuhl Christi um 100 Millionen Menschen. Ich mache keinen Witz. Du bist gerade auf WAP-Geschwindigkeit gegangen. Du hast die Schlange von 100 Millionen Menschen übersprungen, weil du gerade von 0 Evangelisation auf 0,0001 gegangen bist. Aber das ist viel mehr als 0. Du hast gerade 100 Millionen Menschen überholt. Das ist kein Witz. Das glaube ich wirklich. Guck mal, die meisten Menschen, ich erinnere mich, dass mir als Kind aufgefallen ist, dass niemand Evangelisation macht. Niemand macht Seelengewinnen. Niemand gewinnt Menschen für Christus. Ich sage dir, jahrelang, ich als Teenager, jeden Tag gebetet habe. In meiner stillen Zeit, du weißt, dass du täglich für bestimmte Dinge betest, oder? Bestimmte Routinegebete. Ich habe jahrelang jeden Tag gebetet. Herr, bitte erlaube mir, in meinem ganzen Leben einen Menschen für dich zu gewinnen. Das habe ich jahrelang gebetet. Er hat mein Gebet gehört. Jedes Mal, wenn ich gebetet habe, hat er mir eine gegeben. Aber ich meinte, ingesamt einer. Ich scherze nicht einmal. Ich habe jede Nacht gebetet. Als ich 13, 14, 15, 16 war, jede Nacht habe ich gebetet. Gott, bitte erlaube mir, nur einen Menschen für dich zu gewinnen. Dass eine Person gerettet wird. Einen Menschen für Christus zu gewinnen. In meinem ganzen Leben, damit mein Leben wichtig wird. Für die Seelen. Ich war ernsthaftig, weil ich noch nie jemanden für den Herrn gewonnen habe. Als ich 14 war, war ich bei Null. 15 war ich bei Null. 16 war ich bei Null. Und dann mit 17 kam ich in ein Seelengewinn in die Gemeinde. Gott sei Dank für diese Gemeinde, in die ich endlich gehen konnte, denn ich hatte den Wunsch, aber ich brauchte das Training. Ich ging in diese Gemeinde, zum Seelengewinn gegangen, als ich 17 Jahre alt war und übersprang die Grenze von 100 Millionen Menschen an einem Tag. Jetzt geht's los. Und dann tat ich es und macht einfach weiter. Und wenn ich zurückblicke, ist es lustig, dass ich 100 Mal gebetet habe, um eine Person für den Herrn zu gewinnen. Ich habe mir zu wenig vorgenommen, oder? Ich weiß, viele von euch, die regelmäßig in diese Gemeinde kommen, vielleicht denkt ihr, psch, ich gewinne die ganze Zeit Menschen für den Herrn. Jeden Monat werden Menschen gerettet. Jede Woche, oder? Vielleicht sitzt du da und denkst, psch, eine Seele, bitte. Aber Moment mal, eine Seele ist mehr als das, was 99% der Christen jemals in ihrem ganzen Leben tun werden. 99% der Christen werden ins Grab gehen. Sie werden ins Grab gehen, ohne auch nur einen Menschen für den Herrn zu gewinnen. Das ist wahr. Das ist wahr, my friend. Die meisten gehen nicht zum Seelengewinnen. Vielleicht geben sie jemandem das Evangelium, aber retten sie ihnen nicht. Du musst erst eine Menge Leute bezeugen, bevor du jemanden retten kannst. Ich sage es dir, ich garantiere es. Ich könnte es mit Mathe beweisen, aber ich weiß, ihr wollt keine Mathe hören. Ich kann es mit Mathe beweisen. Wenn nur ein paar Leute Seelengewinnen gehen, würde die ganze Welt gerettet werden. Aber die meisten Christen gehen nicht zum Seelengewinnen. Also, wenn du ein Jakob sein willst, musst du über den Tellerrand schauen. Vielleicht sagst du, es ist nicht normal, für Baptisten von Tür zu Tür zu gehen. Deshalb tun wir das. Wir sind keine normalen Baptisten. Normale Baptisten lassen die Welt zur Hölle fahren, weil sie so wischiwaschi sind. Ich finde es einfach nicht normal, dass ein Pastor in den Nachrichten ist. Ja, du hast recht, das liegt daran, dass Pastor Vanilleeis nie in den Nachrichten sein wird, weil er nie etwas sagen wird, das ein Bericht wert ist. Aber guck mal, jeder Mann, jede Frau, jede Junge, jedes Mädchen in diesem Raum kann über den Tellerrand hinausschauen, in dem er was tut, wie weh es mit einem echten Gebetsleben. Wie weh es, wenn du dich selbst in die Bibel vertiefst und ihr sagst, ich will die Bibel lesen, ich will das herausfinden. Ich möchte es selbst verstehen. Wie weh es, seelengewinnend zu gehen und sagen, okay, los geht's, lass es tun. Sogar nur diese drei Dinge, du bist schon genau dort. Du bist auf dem Weg, ein Jakob-Typ-Christ zu werden und Macht bei Gott zu haben.